Antonia und Katharina, wir sind hier im Lehmburg Museum und ihr erklärt mir jetzt jeder in zwei Sätzen, was Jugend trifft Kunst ist und wie man da mitmachen kann. Wer möchte anfangen? Wir sind eine Initiative vom Lehmburg Museum und treffen uns einmal die Woche mit Jugendlichen im Alter von 14 bis 19, 20 und beschäftigen uns mit der Kunst. Katharina, was kannst du ergänzen? Genau, also das machen wir entweder hier kreativ im Museum oder wir gehen auch raus aus dem Haus und schauen uns auf Exkursionen an, was es sonst noch gibt zum Thema Kunst. Jetzt die alles entscheidende Frage, was kostet das? Nichts, das ist kostenlos. Also es ist angedacht, dass die Jugendlichen sich die Jahreskarte kaufen vom Museum und dann sind die dabei. Das hört sich sehr gut an. Danke. Bitte. Antonia und Katharina, ihr wolltet mir noch erzählen, wann Jugend trifft Kunst sich immer trifft? Ja, das machen wir immer sonntags. Das ist jetzt ein neuer Taggut von 14.30 bis 16.30 Uhr. Und hier im Museum und dann habt ihr ein ganz neues tolles Plakat. Genau, das ist unser neues Werbegesicht. Das ist der HVG, ein ganz aktiver in unserer Gruppe. Und da hängt aber dran, was macht man damit? Ich glaube, das kannst du mir bestimmt jetzt mal zeigen, Antonia. Genau. Damit man eine Information nämlich auch mitnehmen kann, reist man hier seinen Zettel ab und nimmt ihn mit nach Hause. Danke.